Von den Pionieren der Wärmepumpe, made in Germany, unabhängig von Öl und Gas, für weniger CO2 und eine saubere Umwelt. Die Wärmepumpe von Alpha Innotec. Nummer 25, Kevin Heifelstorfer. Nummer 52, the big man himself, Gary McKee. And here they are, your VBC! Nummer 51, the big man himself, Gary McKee. Nummer 54, the big man himself, Gary McKee. Nummer 53, the big man himself, Gary McKee. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schöne! 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 Bei, bei! Bei, bei! Bei, bei! Bei, bei! Bei, bei! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.